Hallo liebe Krebsfrau, lieber Krebsmann, hier ist die Inbal von Inbalsterro.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben vom 20. bis 26. Januar aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und das Sendenzzeichen, wieso, weshalb, warum und Antworten zu weiteren häufigen Fragen findest du unten in der Infobox. Da befindet sich der Link zu den häufigsten Fragen zu deiner Jahreslegung 2020 und die Links zu meinen Social Media Accounts. Da will sich was zeigen. Milch und Honig, 51. Milch und Honig. Ein Elefant, der in Milch und Honig badet. Es kam letztens bei Wassermann und da ist mir vor allem ins Auge gestochen, dass ein Elefant nicht in Milch und Honig baden sollte, sondern in Schlamm. Aber hier habe ich das Gefühl, du fühlst dich ziemlich gut. Und dieser Faktor da mit der Haut, das sticht hier überhaupt nicht heraus, sondern eher, dass du lächelst hier und happy bist. Cool, cool. Und da oben ist ein Gesicht, das zu dir herunterblickt. Es ist so, wie wenn man dir jetzt das gibt, was du schon lange verdient hast. Krebs. Okay, meine Anrede. Jawohl, die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Okay, und für die, die neu sind, bei intuitiven Legungen starte ich zuerst mit Visionen und dann fahre ich mit den Karten fort. Ja, das wäre es. Also schauen wir mal. Krebs beim Vormischen stelle ich schon die Frage, wie wird das Liebesleben von Krebs vom 20. bis 26. Januar verlaufen. Und da ist mir immer wieder November herausgerutscht. Ich musste mich immer wieder korrigieren. Nein, nicht 20. bis 26. November, sondern Januar. Ich musste mich immer wieder korrigieren. Es kann sein, dass hier ein Thema aufkommt, das vom 20. bis 26. November sehr präsent gewesen ist bei dir. Schauen wir mal. Die, die Tagebuch schreiben, die haben jetzt Glück, die können nachschauen und alle anderen denken, böh, mal schauen. Also, gib mir bitte ein Bild zum Liebesleben von Krebs vom 20. bis 26. Januar, bitte. Das wollte ich schon wieder fast November sagen. Es wird ein Déjà-vu. Ja, gib mir bitte ein Bild. Ja, ich sehe dich vor einem Spiegel stehen und dich anschauen und so sagen, ja, das kenne ich aber schon. Dieses Gesicht kenne ich schon. Krebs, warum wundert es dich so sehr, dass du im Spiegel dein Gesicht siehst? Warum wundert es dich, dass du im Spiegelbild etwas siehst, das du schon kennst? Jetzt bist du stumm. Gib mir bitte einen Moment. Moment, das ist dein Gesicht Krebs. Und warum sagst du, ich kenne das schon? Du kennst die Situation schon. Du kennst die Situation schon und da hast du schon auf eine bestimmte Art und Weise reagiert damals. Okay. Jetzt stehst du immer noch vor dem Spiegel und meinst so, dieses Mal will ich ein anderes Gesicht zeigen. Weil dieses Gesicht da, das kenne ich schon, das habe ich schon gezeigt damals und dieses Mal ein anderes Gesicht. Was für ein Gesicht Krebs? Am liebsten gar kein Gesicht. Also damals hast du dich irgendwie präsent gezeigt bei irgendwas und dieses Mal willst du dich gar nicht erst zeigen. Okay. Gib mir bitte ein Bild zum Liebesleben von Krebs vom 20. bis 26. Januar. Milch und Honig hatte sich vorhin gezeigt. Schauen wir mal. Bausteine. Ich sehe dieses Bild zum ersten Mal. Bausteine 28. Ah. Deckt sich ziemlich mit deiner Erlegung vom 15. bis 31. Da bist du oben auf deinem Thron. Du hast dir da was erarbeitet. Du bist da hochgestiegen Krebs. Innerlich sowie materiell. In deinem Leben grundsätzlich bist du aufgestiegen und schaut, wie die reagiert hier. Ich sehe dich gar nicht mehr. Ich sehe dich gar nicht mehr. Pfff. Das kenne ich schon. 28 steht hier. Hier sind graue Bausteine, die schon schön geordnet worden sind. Die sind schon schön geordnet. Und die sind grau. Und in diesen Bausteinen befindet sich ein Gesicht. Ein bisschen transparent. Das ist so der Herzensmann, die Herzensdame, den du für dich bereits eingeordnet hast in deinem Leben. Und du bist da schon mit anderen bunten Bausteinen beschäftigt. Und zwar sehr auf eine elegante und erfolgreiche Art und Weise. Und du meinst nur so, dich kenne ich schon. Dein Gesicht kenne ich schon. Und dein Gesicht kenne ich schon. Zeig mir ein anderes Gesicht. Krebs. Aber wieso vor einem Spiegel? Wir werden es jetzt rausfinden. Ja, es ist komplex, aber wartet ab. Die Karten werden es jetzt zeigen. Die Karten werden jetzt zeigen, um was es genau geht. Geben mir bitte Karten zum Liebesleben von Krebs. Vom 20. bis 26. Januar, bitte. Ich sage es euch. Skorpionlegungen fangen immer so an. Immer mit einem, hä? Und erst im Nachhinein stellt sich dann heraus, was genau da vorgeht. Muss wohl typisch Wasserzeichen sein, dass da Gefühle so komplex sind. Gib mir bitte eine Karte zum Liebesleben von Krebs. Vom 20. bis 26. Januar. Sechs der Münzen. Ein Message von jemandem, von dem du bisher nur Messages bekommen hast. Ja. Inwall, das kenne ich schon. Diese Nachricht da, die mich wieder nervös machen soll. Wo ich wieder nervös werden soll. Dieser Mensch kommt genau so, wie sie vorhin schon immer gekommen sind. Mit einem kleinen Anstupser. Mit einem Hallo. Dabei vergisst dieser Mensch, dass ich eine große Veränderung hinter mir habe. Dass ich nicht mehr dieselbe bin wie vorher. Jetzt macht es Sinn, warum du vor einem Spiegel stehst und sagst, ich habe jetzt ein anderes Gesicht wie vorher. Nicht das, was ich da sehe, sondern anders. Und ich werde bei diesem Menschen auch ganz anders auftreten. Und deswegen soll auch dieser Mensch bei mir anders auftreten. Anders, 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 anders. Die Spiegelbilder sollen sich komplett verändern. Der Stern. Ich versuche nur das hier richtig zu platzieren, so dass ihr auch alles seht. Inwall. Dieser Mensch glaubt, dass ich in Reichweite bin. Dabei hat sich mein Leben komplett verändert und mittlerweile bin ich ihnen ganz, ganz fern. Was dieser Mensch gerne machen kann, Inwall, ist vor dem Schlafen sich mich wünschen, zu den Sternen hochschauen und einen Wunsch rausschicken. Aber Inwall, dieser Mensch, glaubt, ich bin in Reichweite und schreibt mir einfach eine Message. Dabei bin ich gar nicht mehr erreichbar für sie. Ich bin da oben. Ich bin hochgestiegen. Ich bin weg. Mit Messages kann man mich nicht mehr erreichen. Der Teufel. Wieder dieser Steinbock. Das ist dein Herzensmann, deine Herzensdame, die krebs. Du fühlst dich hier ganz hoch oben in deinem Leben. Nicht über anderen oder so. Nein, einfach du innerlich bist sehr hoch. In jeder Hinsicht fühlst du dich hoch. Und dieser Mensch spürt aber eine unterirdische Verbindung zu dir. Komplette Levelunterschiede, was euer inneres Gefühl anbelangt. Ich rede hier nicht von Klassenunterschieden oder so. Die fühlen eine sehr erdige, sündige, unterirdische Verbindung zu dir. Wenn es nach innen geht, ist dein Message mehr als genug. Die Welt. In Ball. Das kenne ich schon. Das habe ich hier schon verbaut. Dieses Gesicht hier in den Bausteinen, die schon verbaut sind. Ich kenne das schon. Ich habe damit abgeschlossen. Die sollen mir neu kommen. In Ball. Ja, ja, verbunden. Äh, öh, okay, gut. Ja, ja, ein Message. Und ich fühle, dass das mein Seelenpartner, meine Seelenpartnerin ist. Papi, Papo. Ich kenne das schon. Ich bin schon darüber hinweg. Das ist vorbei. Die müssen mir anders kommen. Lieber sollten sie mir als Steuerberater entgegenkommen. Ja, ein anderes Gesicht sollen sie zeigen. Das kenne ich schon. Die sollen mir bitte endlich auf Herzensebene begegnen. Ihr Herz öffnen. Nicht mit einem Message diese Seelenpartnerschaft auffachen lassen oder ähnliches. Krebs, falls du diesem Menschen früher so das Gefühl gegeben hast, oder wenn sie dir geschrieben haben und du ihnen das Gefühl gegeben hast, dass ihr zusammengehört, dann wird das ab jetzt nicht der Fall sein. Dieser Mensch muss eine Stufe jetzt weiter und vor dir treten und sein ihr Herz öffnen. Das hier ist eine typische Geschichte eines Sexchats, wo man diese Verbindung gespürt hat, diese Seelenpartnerschaft und die andere Seite einfach nicht getraut hat, das jetzt auch in die Realität umzusetzen. Und Krebs sagt, junge, junge, junge Mädchen, 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 diese unterirdische Verbindung da, damit habe ich aufgehört, ist fertig. Du musst mir jetzt dein Herz öffnen, damit wir emporsteigen können im Herzen. Passt auch zu deiner Jahreslegung. Ich werde jetzt hier mit dem Hexentarot eine weitere Reihe ziehen, dann sehen wir, worauf das Ganze hier hinausläuft. Außerdem werde ich diese Karten hier fragen, was es hier gibt, was du noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, aber wissen solltest. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich auf deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.